Dies ist eine kurze Anleitung für die Rückenbindung mit dem Ergo Baby Wrap. Es handelt sich hierbei um die Ergo Baby Grundbindung für Babys und Kleinkinder, die erst dann genutzt werden sollte, wenn das Baby über eine gute Kopfkontrolle verfügt. Los geht's! Halte zuerst das Tragetuch mit dem Logo mittig und aufrecht. Platziere nun die Tasche so hoch wie möglich unter deinen Armen auf dem Rücken. Raffe die Tuchbahn auf und lege sie über deiner Brust auf die gegenüberliegende Schulter. Verfahre mit der anderen Tuchbahn in gleicher Weise. Das Tuch sollte als X über deiner Brust liegen. Stecke die beiden Schulterstränge ohne sie zu verdrehen unter der Tasche hindurch. Gib das lockere Material von vorn nach hinten und straffe die Stränge. Kreuze die Tuchstränge im Rücken. Der linke Strang bleibt dabei unten. Führe den unteren Strang unter Spannung einmal komplett um dich herum und klemme ihn dann vorne zwischen die Beine. Verfahre nun mit dem zweiten Strang in gleicher Weise. Sichere die Enden mit einem Doppelknoten. Gib das lockere Material von vorn nach hinten und schaffe so genügend Platz für dein Baby. Lass dir das Baby auf den Rücken legen und halte es an den Armen fest. Dein Helfer führt nun die Beine des Babys nacheinander durch die Tuchstränge hindurch. Das Baby befindet sich nun mittig auf dem Tuchkreuz. Dein Helfer breitet zunächst die untere Tuchbahn von Kniekehle zu Kniekehle und von Schulter zu Schulter aus, anschließend die obere. Achte darauf, dass zur Sicherheit deines Babys beide Arme mit im Tuch sind. Dein Helfer führt jetzt die Beine deines Babys nacheinander unter dem Tuch. Und der dritten Tuchbahn mit der Tasche hindurch. Nun fasst er das Tuch an der Oberkante zusammen mit der aufgenähten Tasche und zieht es nach hinten und hoch über den Rücken deines Babys bis zum Nacken. Dein Helfer zieht die äußere Tuchbahn mit der Tasche nach unten und befreit nacheinander die Beine deines Babys. Dein Helfer schiebt die beiden gekreuzten Tuchbahnen nacheinander zur Seite und stützt dabei dein Baby. Während du dein Baby zur Sicherheit an den Armen gut festhältst, kann dein Helfer nacheinander die Beine deines Babys befreien und es dann vorsichtig herausnehmen. Es ist so einfach und mit jedem weiteren Mal wird es noch einfacher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 ков